Ich bin gerade am King's Essen und ihr auch? Ey nein mit die Stinker Mann! Ja ok, machen wir nächste Folge mit Stinker! Oh nein! Oh nein! Wie ist das mit den Stinkern? Da warst du doch dabei! Na moin moin ihr Stinker stinkt doch immer noch! Oh ich nehm jetzt auch 4 zu 3 auf wieder ne? Aber das ändere ich! Dann war ich heute der Lukas Yo, tachschön! Alter wo kommst du jetzt her? Der Pink? Oh ist mein Pink! Ja mein Handy macht einen AP Ich muss sogar, dass das meine mitkriegt ne? Wo war das jetzt? Wir haben Bock zu falten Wir haben Bock zu weine Wir haben Bock zu weine 1,2m rutschen Warum habe ich die Rauchgranaten eingepackt? Alter die ist immer drüber! Ah als ob ich an die Kerle los Ich bin aufgeschossen worden Ne Wie hab ich das überlebt? Ich hab's überlebt! Ich hab's überlebt! Hallo Hä? So Hast du aufgeschlagen heute? Ja ja! Die ist links um der Ecke Ach die ist da oben Ups Ahoi Stießen unten Fenster auf Kloppen So Lukas Oha im Sprung alter Ja mach mal meine Deckung weg du Arsch Ey Lukas dahinter sitzt einer hinterm Schild Du hast deinen Laserpoint durchs Schild lüchten sehen Da würde ich nicht aufs Schild aimen Sondern drüber oder vielleicht daneben Da ist ein Schild Links bitte Gucken Wo ist der? Lukas der ist rechts Nein nicht so weit rechts Nicht so weit rechts Wo ist der letzte? Der ist rechts Rechts von dir Geh rein Sicher Ja Au Lukas Guck in die Tür Der war auch geplant alter Ey Lukas geh rein und guck da hin Lass Jason reingeben und du einst ab Geh hinter die Bar bis Wie Bar Geh du rein und Jason endet ab Geh rein Der war hinter Lukas Ey Ja er war hinter Lukas Ne war nicht Ne war nicht Soll den Mann hat es gar nicht gesehen aus Lukas und Linke 3 kills easy auf meinen Nacken Ey Lukas war ich mit Blackbeard Ich würde schon anvisiert um die Ecke gehen Weil bisher anvisiert ist Wo geh ma hin Wo geh ma hin Ich würde gerne Geysha gehen Nein spaß Holo ist im workshop Im Workoffice Ja wenn Paul damit jetzt auch etwas anfangen kann Geysha Also Geysha die asiatischen Nuten Ja ja alle Ein Datei Nichts kann man nicht beobachten der Wurden der Panschen würde Gampff Lesbe und ne Futter plus inklusive und ne Futter den Raum verbarrikadieren wir müssen den Bio-Gefahrgut werden ALTER wenn du hier lebst naja wie gesagt der wird sich in der Hand in beim Sporn wie ein Shrimp alter ja nein wie ein Shrimp ja hat er gesagt ne wie? Meinst du jetzt den Film da? die Viecher? vielleicht der Schütze HALTER die denk ich mir auch grad so welche Vollpfeife hatten den Dropper wo ist die Drohnen ich hab ja keinen Shotgun oder so der denn hier ja so stopp was soll ich denn machen? hier waltz ich hab keine mehr keine also keine enemy ID ich hab Glass angeguckt oi 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 seh mal kurz ruhig Leute ähm die kommt die kommt der kommt gepusht da kommt einer gepusht wir haben ein Problem hier äh der ist ähm von der Treppe von der Treppe ohleu ich lebe auch nicht wahrlich kann ich verstehen hier ist noch mehr hier ist noch mehr die Welt ist grausam die ist wirklich grausam oh hier kommt was bei mir kommt was das Fenster oder wo ich hör nicht ich hör nicht warte mal hier kommt Geisha Mucke die D es war doch geduckt alter hat uns jetzt beiden er bitte was äh 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 das sind die Piken verstanden er wird an irgendeinem fenster gammeln ich höre grad nirgendsradio der rennt da kommt johann mit seinen smokes versuchen reinzuwerfen ja einer mensch er hatte ich gar nicht gesehen hat er paul ich habe ich werde euch aus der kicke nicht mehr weiß was war das denn er weiß er hat digga der schießt paul abweist und ich sterbe wotter halt das haben wir kommen denn deine drei assiste alter den den du gekillt hast mit der kollektion hat kontakt er hat zum glück leder hast du damit der titschrone handet ja wenn ich gar keine getwischt doch sei kürig doch die das ist für euch zuschauer richtig fettige rott packung nur für dich quentin wir haben den dock getötet jawohl ich wollte loslaufen aber naja es war halt noch nicht so weit Wann kommt es denn? Ähm... Keine Ahnung Boah, alle fünf Mann Fünf Mann hier rein Ah ja Ich habe gerade eine richtige Fehlgeburt, habt ihr euch gemerkt? Warte, ja, Lukas, die Zeit stehen Da kennt doch wer Ich schon Da ist einer Boah, das ist pre-fire Na? Klick Er hat ein Loch in der Wand Hinter uns Hinter uns Mann, Alter, schreck mich doch nicht so Ey, links ist das Ne, wo ist das? Ich habe keine Ahnung wirklich Ja, da Der Hölln im vergasen Dahu sind so Ähm, in... im Raum ist... Einer, das ist Smog 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 ist immer noch drinnen Ja, hier war doch gerade Dicke, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal Wie der hier da liegt, Allah Doch, doch Doch, doch Ach, Smog ist tot Hab ich holt Hab ich holt Ich hab doch den in der Fekker, oder? Easy Alter Das war ich nicht mal, das war Paul, Alter Er ähmt erstmal Jägers Arsch ab, Alter Das war Paul, Mann Der Gabi rückt dich Der Gabi rückt dich Sorry Paul Tits Mit der Maul Ich bin verwirrt Ah, ist nichts neues Inhändung Oha, Versorgung Wetten, Lukas hat immer nur Kits Oh Nein, wir haben wirklich Wollen wir nicht Tee? Wollen wir nicht Tee? Wollen wir Tee? Wollen wir Tee? Wollen wir Tee? Ich find Tee geil Ich nicht Ja komm Tee saufen Wir haben Kunt zu saufen Da ist Engländer, ja? Ist die Port of Tee? Das ist Port of Tee? Ob die Mutti Realität hast du auch immer Port of Tee versuchen? Genau, sicher Auf jeden Fall, Alter Es wird teuer, es wird teuer Die sind addit Ich geh Geisha Alter, doch mal wieder Ich hab kein Stöp Ich geh Geisha Wupp 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 Ich wurde entdeckt Ich bin entdeckt in Amerika Digger Ich wurde entdeckt Ich bin doch nicht Amerikan Ich bin einfach so entdeckt, Alter Wo sind wir denn hier? Boah Was machen wir denn? Ich wurde entdeckt Wollen die Drohne ausgespielt, Alter Das sind ne Drohne im Raum Was war denn das, Alter? Was hast du den hergeholt? Das war kräftig, ne? Der ist Klockentorch Ich bin doch irgendwann eine Klasse Wollen Der hat Unge Doktor gespielt, ne? Ach, mach einfach irgendwas dichter, Lukas Das, was du findest Was haben sie denn? Was haben sie denn? Ja, einen Grund zu feiern Wesen zu haben Sie bitte Haben sie denn alles einen Operator dabei? Was soll ich denn das wissen? Irgendeiner hat doch Katja Catch, da müssten sie doch noch haben Hör zu, Mädchen Okay Gläser Haben sie auch Geil Ich finde sie gut So lobt man euch mit das CSGO WP Meister, Alter Der hat wirklich Glass gespielt, war Der zerstörsende ein Der hinter die Treppe Ich hab Twitch Drohne zerstört Hat einer schon vorher eine Twitch Drohne zerstört? Fragezeichen Das ist ein richtiger Intimate, Alter Das ist ein richtiger Intimate, Alter Oh, da ist ja offen, Alter Oh, da ist ja offen, Alter Oh, da ist ja offen, Alter Ey! Alles klar Voll vor die Füße, das kann nicht sein Ihr seid so schlecht, Alter Vor allem, er wollte Er wollte Paul haben Haben wir Fresse Alter Alter Hä, Alter Was ist das denn? Da ist ein Gläs im Flur, Alter Man hilft das Leben Besonders Der schluckt Ja, Moin Ah, das Falldämpfer Ist klar Der CSGO-ABP-Meister Der CSGO-ABP-Meister Kann mir One-Shot auf die Brust halten Mann Ich hab den mal nicht gesehen In der Drehung einfach gar nicht geswitcht Ja, hast du nicht ganz geswitcht, Mann Ich war aber auch darauf, ey Mann, ich muss noch mal Call of Duty spielen Wie Dings Einfach ducken Beim Schießen Einfach schwimmen Einfach schwimmen Schwimmen Ja, ist okay Ey, Koks ist Kraft Das finde ich aber richtig unsexy, ne? Ey, Koks Ey, Jona brauchst doch deinen Assist, ey Das kannst du doch nicht bringen Ey, Koks Na Uh, ja, 5-5 Ey, aber Irgendjemand, der Mit der UC gegen gekillt hat Das war Paul Thatcher hast du, glaube ich, gekillt, ne Paul Ja, den hab ich aber auch angeschossen Und nicht getroffen, weil ich abhängig war Oh, Jona, jetzt nimm Alles bloß nicht gut Für uns zu fighten Sof, Alter, der CSGO-ABP-Meister tut sogar beim Verteidigen Mit Glasrohm, Bunnyhoppen, Alter Halt mein Maid Mit IQ Ich war gemüse, tut mir leid Wart'n Zufall Oh, ja, blöde Der schafft der irgendwie Ich hab grad Käseflipsi essen Käseflipsi Küche Das ist BWQ, oder? Gut gemacht Bio-Gefahr-Mut-Berika lokalisiert Weißt du, ob die so'n 3H'ler haben, wenn er das mit Absicht macht Dem Rekrut, aber Und ob er einfach wie Holzi immer raus tappt und pennt Äh, ich bin hier jetzt noch nicht einmal raus getappt Ja, aber sonst immer Ich nehm auch auf, dann tapp' ich nicht raus Hä? Hast du den Flipp gesehen, Aldo? Oh, ne! Nein Das die man so lange braucht, wenn du gesprungen bist Mach doch mal Mach doch Sei doch nicht so geizig, Mann Ey, Jona Gib keine Bock Jona, weißt du, wann du aufgeben kannst? Ne Wenn du 3-1 so rum liegst Ja! Ne! 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 Kacke flitzen Das ist durch die Torf Da ist er noch! Oh, hinter dir! Hat meiner ein paar... ...Banerien hat, dann finde ich jetzt! Oh, die alte... Oh! Banerien hat... Was? Na irgendwas, Mann ey! Damit das EMP kaputt geht Die Schockdrone ist ganz ungeil Die Schockdrone ist ganz ungeil Ja, wow, jetzt weiß ich nicht mehr Hier, Slash, mach mal hier hoch Und oben in die Bude hier, komm! Slash! Oh! Hier, Alter! Nein, ey, es verpisst euch! Ja, das wir killt sofort, die offene... Naja, pass auf, mach ich's easy Mach auf! Ne! Wer hat grad'n... ...die Eile gebrochen, Alter! Oh! Ich... Das er super meine Schockdrone kaputt gemacht Halbgott Oh, hallo! Was? Ja, für mich Greckerl Freut mich Läder verbleibender Gamer Der gibt's ja... Jetzt hat er's noch geschafft, der Arsch, Alter! Ja, naja, du, ich bin halt nicht so'n... ...Assist-Hunter wie du, Alter! Ey, ja! Ja, 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 ja! Wow! Zwei... Zwei von meiner Twitch drohen Zwei Assists, oder? Ja, 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 ja Alter, da mach ich jetzt noch ne Zeitlupe draus! Alter, da mach ich jetzt noch ne Zeitlupe draus! Alter, das war einfach so beim Gehen ein... ...geklickt, Mann! Häng hinten ran! Oder mach's davor! Nur danach! Keine Ahnung! So! Das war mir ne geile Folge, ne? Ja! Ja! Und wieder Gold... Und wieder Gold 1, ey! Das war ich auch noch nie! Nein, das steht im Hochwunder hier! Okay! Bis dann! Alright, ciao!